schönen guten tag meine freunde auf maverick.tv zu einem neuen unboxing und zwar haben wir schon das gute stückchen hier vor der kamera brause bonbons von frigeo cola richtig oldschool in der richtigen oldschool packung die fährt auch sehr leicht raus doch nicht so leicht doch den finger einfach reinstecken dann kommt das gute stück hier raus schön wie beim tante emma laden eingepackt von hand sind da solche pastillen drin die sehen folgendermaßen aus die jugendlichen und kinder von heute kennen das gar nicht mehr und da legst du dir eine auf die zunge und da brauscht es im mund auf einmal nach drei vier stücken wenn man die auf die drauf beißt hat man richtig schaum im mund sehr killer die dinger gibt es auch in verschiedenen geschmacksrichtungen zitrone himbeer besorgt euch die dinger ich so mal noch mal für euch das ganze so sehen die dinger aus brause bonbons ahoi brause von frigeo so hoffe hoffe ich habe euch auf den geschmack gebracht ich schaue mir hier noch ein paar paar dinger auf echsen ein und vergisst mal würde ich dich auch nicht zu abonnieren meine freunde in der sonne peace out